Musik Mozart, Verdi und Strauß, Dageboten von Künstlern der Stettiner Oper. Hohe Kultur bildete den Höhepunkt des Festaktes anlässlich der Präsentation der Voyevotschaft Westpommen in Mecklenburg-Vorpommern. Erstmals waren zu dieser Festveranstaltung im Staatstheater Schwerin auch interessierte Bürger eingeladen. Die polnisch-deutsche Partnerschaft der Nachbarregion wird seit 1991 intensiv gepflegt. Ministerpräsident Erwin Sellering und der Marschall der Voyevotschaft Olgiert Geblewitz betonten die Wichtigkeit des Vorhabens, die Metropolregion Stettin auf deutscher und polnischer Seite weiter auszugestalten. Die Spitzen beider Regionen kommen einmal im Jahr zu einem Treffen zusammen. 2017 wird Mecklenburg-Vorpommern dann wieder in Polen erwartet. Musik 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 Musik